Dankeschön. Zum Glück sind wir nicht rüber geschwommen, ne? Aber jetzt bis... Jetzt kommt doch irgendwo ein Knall und so. Genau, mach die Tür zu. Jetzt mach hin! Du bist tot, was? Ach ja. Wahrscheinlich wäre, wenn er den Helm hätte. Glaube ich aber nicht. Nee. Man hört es ja, wenn man einen Helm auf hat und dann nicht. Achtung, vielleicht kommt er raus. Sollen wir rausgehen? Links. Der ist hier, oder? Ja. Ja. Vielleicht ist er auch weitergerannt. Ich würde sich stark bezweifeln, ehrlich gesagt. Wäre ja Todeszone gewesen. Aber wir werden einfach... Guck mal, wie die Sonne aus den Wolken herauskommt. Ja. War schon einer oben? Ne, ne? Ne. Komisch. Kommt ihr? Ja. Sehr, sehr komisch. Warum habe ich denn auf einmal so krass viele Marker? Die habe ich alle gesetzt. Das ist unser Wegpunkt zum U-Butter. Der uns am schnellsten von Scholle zu Scholle bringt. Ohne lange im Wasser zu bleiben. Schotter? Ja. Das sind ja zum Glück gar nicht viele. Mhm. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal. Vielleicht dasselbe Züge gehen. Vielleicht? Ne, von unserem Punkt aus ist das der einfachste Weg. Hm. Von da nach da. Alter, weiter. Mhm. Na, jetzt müssen wir uns um den IWS-Storm wenigstens keine Sorgen mehr machen. Was kommt denn nochmal? Ja. Könnte auch mal passieren. Wir dachten immer so ein 4-Stunden. Oder alle 2-3 Stunden Zyklus. Auf einem Server. Aber ja, dann haben wir einmal 6 Stunden gewartet. Einmal sogar über 10 Stunden, ne? Exocer, wieder lag des Todes. Wie wieder? Du hast einen lag bei mir. Ja, bei mir aber auch. Boah, es geht da. Hast du das gesehen? Nö. Bei mir steht ihr beide noch. Ja, bei mir jetzt? Ja, wir waren am abstürzen. Ja, du bist bei mir am abstürzen. Hangover. Hangover. Los geht's, weiter geht's. Geht alles noch? Geht alles noch? Ja. Geht alles. Wir funktionieren. So, wir müssen einfach mal kurz noch davor nochmal Halt machen, damit ich ein bisschen was trinken kann. Wir müssen so oder so, glaub ich, noch ein bisschen Stöcker sammeln, oder? Wäre gut, auf jeden Fall. Ja. Ach Mensch. Ich hab das Gefühl, ich hab ein Déjà-vu. Warum? Weil ich den Ort hier kenne. Woher denn? Keine Ahnung. Sind hier irgendwo kleine Räume oder so? Ah, hier. Ja, hab grad einen. Langer Stock und kurzer Stock Kochstelle herstellen. Was? Kochstelle herstellen, da kannst du so einen Spieß machen. Geil. Irgendwie sieht der Weg echt scheiße aus. Mhm. Reaktion. Kopfschütteln, Licken, sieh mich an, Ellenbogen. Was? Licken? Hä? Kopfschnicken. Ich hab Licken verstanden. Hosen. Hallo. Hier sind wir. Hat jemand von euch Ding? Ja. Aktiv Kohle, äh hier Ding. Chlortabletten? Ja. Chlortabletten hab ich ja. Nice. Warum? Können wir unterwegs im Schnee Wasser aufsammeln mit unseren Flaschen. Ja, das ist praktisch. Aber ich hab nur vier Stück, ne? Ich hab auch nur ein paar. Das ist gut. Ich hab nur ne. Okay. Ja, ich hab keine. Ich hab nur Kodein. Cox. 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 Cox-Tabletten. Ich hab Chlor, Multi und Kodein. Zweimal Morphium, zweimal Adrenalin und extrem viele Bandaden. Oh, das geht. So, wir können von mir aus. Das Spiel ist noch tiefgefroren, Alter. Alter. Er jumpt von oben ins Wasser. Sag mal. Bevor wir jetzt so rüberschwimmen. Ich werde nix sagen, ne? Aber wenn wir drüben sind, machen wir gleich ein Lagerfeuer? Nein. Nein. Das sind nur die Punkte, wo wir hinlaufen. Okay. Okay. Wir müssen immer gucken, wie unsere Temperatur ist. Und je nachdem, wie unsere Temperatur ist, demnach ins Brett machen wir ein Feuer. Flopper kann Feuer machen. Ja, hier will ich auch kein Feuer machen, unbedingt. Das sieht jeder. Ich mein jetzt im Wasser. Ja. Wenn das gehen würde. Das Bautstopp kann es auch, ne? Wollte ich gerade sagen. Wenn er das kann. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist unsere Sachen ausdringen. Mh. Mh. Das haben wir gleich. Diese Kälte im Gesicht. Ich hab grad ab und zu, hab ich immer so einen kleinen Hänger. Mhm. Ja, die ist auch gerade. Ne. Hab ich auch oft. Boah, mir ist wirklich ein paar Schweiß, Alter. Es ist so warm. Wenn du die neue Grafik hast, wird es noch wärmer. Ja. Ja, das fühl ich bei mir gerade. Dabei hab ich schon Beifung auf dem Wester. Ich muss gleich mal die Fenster öffnen bei mir. Ja. Wollte er echt hier schon machen? Ne, ich... Ja, also... Ausfring auf jeden Fall. Ja, Handschuhe und Schuhe gehen nie. Das ist ja cool. Was? Die Hälfte meiner Kleidung ist einfach nur feucht. Ja. Ey, wartet auf mich. Wo ist denn eins? Eins haben wir gerade schon. Achso. Können wir nicht warten? Okay. Auffüllen. Hoffentlich ist es nicht gefroren, Alter. Ich glaub doch. Ja. Ja, aber warte mal. Fuck, ich hab jetzt voll gemacht. Hast du... Hat jemand noch eine halb leere? Ja. Oder halb voll? Ja. Da haben wir zwei Stück davon. Ich such gerade... Du musst, glaub ich, nur... Bei dem Eis kannst du auffüllen. Bist du noch ein bisschen übrig bleibt, dann machst du mit dem nassen. Tust du aufgehen, dann müsste eigentlich normales Wasser sein. Ich glaub meine Kontinue ist weg. Warum ist meine Kontinue? Ah ne, da ist sie. Kannst du die da auffüllen, auf der Flasche? Ah, da. Gut, jetzt kurz warten. Ja, ist normales Wasser. Immer noch. Ja. Soll ich ganz voll machen? Ähm, was ist mit der anderen Flasche jetzt? Da ist noch Eis drin, ne? Ja. Jetzt kippst du... Ein Stückchen... Machen wir das wieder Eis. Jetzt kippt man da ein... Warte, warte, warte. Erstmal nehmen. Was voll machen. So, und jetzt kipp da mal was drauf. Nein. Geht nicht. Nein, warte. Ich hab noch nicht gemacht. Ach so. Oh, auffüllen, ne? Oder leeren. Ja. Oh. Ne, jetzt Eis. Oh no. Boah. Lüft. Die Brühe, ey. Obwohl ich... Obwohl ich mitten im Eis stehe, ne? Ne, ne, ne. Alter, was war das? Ich hab keine Ahnung. Das ist irgendwie eine Anomalie oder sowas, ne? Ja. Ne, die Ghost Rifle. Ghost Rifle, da hinten ist... Warte, warte, warte. Ja, da hinten ist ein Basis. War das da? Ja. Die Ghost Rifle könnte so sein. Ghost Rifle ist halt extrem laut, ne? Ja. Ich hab ja schon zwei Teile dafür. Noch. Ja. Jetzt ist ein Boot. Ein Tanker oder so. Die haben hier ein bisschen viel gemacht. Krass. Warte, komm mal. Warte, komm mal. Wollen wir hier hinten dran mal ein Feuer setzen? Ne. Hat Klick? Hm? Kommst du? Wohl. Ja, komm. Hallo. 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 Ja, was ist denn das für eine Base da hinten, ey? Ziemlich große? Ja. Glaub ich nicht. Gut, kann wahrscheinlich sein, dass du es deswegen auch ein bisschen gerüttelt hast. Ist wahrscheinlich einiges dran. Oh ja, auch einfach gar nichts, sondern nur das Gebäude zieht einfach so viel. Ja, das schätze ich mal. Wir sind halt weit weg für den ganzen Stuff, deswegen schätze ich mal, dass einfach das Gebäude an sich halt schon echt krass viel zieht. Feuer ist an. Ihr könnt Schuhe und Handschuhe ausziehen zum Trocknen. Ach, das ist gar nicht mehr kalt. Auch Plattenweste oder so. Aber wir müssen doch eh gleich wieder schwimmen, oder nicht? Ja, trotzdem aber halt die Power holen. Das ist bloß Zeichen. Ja, genau. Das Armband kann man auch ausfragen. Jetzt wirklich mit dem Aspas 12 runnen. Ja. Geil. Neidisch. ein bisschen. Ein bisschen. Vielen Dank. Ich bin krank. Krank? Ja. Nimm die Tablette? Nein. Okay. Ich bin krank. 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 Was war denn das? Übergejumpft. Warte mal. Warte. Nein. Danke. Bitte bitte. Ich hab auf meinen Kopf hüpft und weiter springt damit. Kann man eigentlich jemanden als Boot benutzen? Stimmt. Böhne Ahnung. Was für das. Das tust du. Das wäre wirklich krass. Wasser bleibt Wasser, auch wenn du ins Wasser gehst. Hä? Ja, sonst ist es ja immer wieder tiefgefroren. Ne, die Aussage hat mich gerade vorgenommen. Wasser bleibt Wasser, selbst wenn du ins Wasser gehst. Ja, also normales Wasser bleibt auch normales Wasser, wenn du ins kalte Wasser gehst. Das hat er jetzt nicht besser gemacht. Ja, ne? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ne. Ah, fehlt der nicht eine? Ne. Hä? Wo ist's? Ach, der steht da hinten. Ach da? Ja. Ach, der steht da hinten. Ich wollte gucken, was es hier so gibt. Weil ich find dich an Ruhm. Ha, ha. Hast du ein Angelmenschle? Ja. Hast du wenigstens in den gerunden? Ja. Nein. Ach. 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 O. Ach. 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 So, beim U-Boot muss man nur aufpassen, da muss man ein bisschen abspotten. Da kann man auch noch reinunfällig. Ja, oder so. Hier ist eine ganze Menge nichts. Hier kommt noch viel mehr Menge, Menge nichts. Noch ganz viel mehr. Cool. Ja. Und irgendwann kommt mitten in der Antarktis ein U-Boot, wo du ein Teil findest. Aha. Nee, nicht nur. Ja, du findest auch ein paar andere Sachen, aber halt ein Teil für Lancia. Kann man irgendwas auf Lancia machen? Ja, dort gibt's Equipment, was du so auf der Map nicht findest. So wie die Ghost Reifen? Ja, die Ghost Reifen musst du dir herstellen. Aber ich glaube, in Lancia kannst du eine Plattenweste kriegen, die es nur in Lancia gibt. Und auch eine andere spezielle Waffe. Und auch eine andere spezielle Waffe. In Esseka hast du, glaube ich, einen Tempel, wo du rein teleportiert wirst, wenn du eine Opfergabe gibst. Beziehungsweise Blutzoll musst du zahlen, dann brauchst du eine Schnittwunde an den Füßen, musst dann auf diesen Altar und dann wirst du in den Tempel teleportiert. Ja. Dann würde ich auch noch alles machen. Geile Events. Klingt nicht jetzt. Nachdem gerne. Kein Problem. Bin ich dabei. Dann gibt's noch auf Kimsee, also entweder war's Kimsee oder Esseka. Bei Bahnhof gibt's auch irgendwas mit Aliens. Ein Alien. War das durch Dier Eil? Dier Eil? Mh. Mit den riesigen Hügeln. Na, diesen Kackhaufen. Die rot leuchten. Ja, sehen aus wie Kackhaufen, die rot leuchten. Sollen wir da rechts mal hin? Zu dieser Base? Ja. Was sollen wir machen? Vielleicht findet man ja da was ordentliches. Mich? Wir haben dich doch schon. Nee. Kann man dich nochmal finden? Nö. Ja. Ich seh dich. Bin eigentlich Stockfleck. Ach da. Ach ja, und aufpassen. Hier gibt's Polarbären, ne? Oh. Das hättest du vielleicht ein bisschen früher sagen können. Ausstieg. Ja? Warte mal kurz. Hast du einen Dosenöffner? Ja, müsste ich haben. Ja. So, wir sollten auch langsam ein neues Feuer machen. Ich bereite mal eins vor, ja? Wie denn? Hier ist doch nichts. Auf wegen? Wo ist der denn? Ach da. Hier ist die Kamera gesteckt. Hier ist die Kamera gesteckt. Hätte ich sie jetzt noch nicht. Warte, warte, warte. Hast du das gesehen? Nee. Schade. Richtig cool. Du hast Hunger, Stockseck? Ja. Dann ist sowas. Wow. Gute Idee. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Schüsse? Wo denn? Aus Norden, wie es sich angehört hat. Lagerfeuer wird angemacht. Lagerfeuer brennt. Erbt euch alle nieder. Verschwindet. Ich seh... Nichts. Sicher in Norden? Ja. Satz mindestens so aus? Also, er hat es lange gehört. Satz mindestens so aus. Simon, ich glaub du musst schlafen. Ja. Oh, Leute. Was? Ich seh nichts. Leute? Ich seh nichts. Einfach nichts. Oh, der hat irgendwas aufgeschimmert. Ja, der ist normal. Nichts. Einfach nichts. Toxik. Hast du noch Medikamente zufällig? Ich habe... Chlor-Tabletten. Ich habe noch 8 Multi-Visamin. Und ein paar Codeine-Tabletten. Kannst du mir nur Multi drücken? Kannst du mir mal bitte... Also, ich bin... Alpha, ne? Nee, nee, nicht mich. Nicht mich. Ich bin gerückt. Ich bin Alpha. Hallo. Hier, kriegste. Danke. Stopfe ich dir zwischen deinen Scheiß-Helm. Kannst du mir mal gleich eine Cloud-Tablette geben? Du hast mir noch nichts gegeben. Du bist so schnell weggerannt. Ah. Hier. Durch den Helm. Ich schränke's. Ne. ghah! Ja, ähm. Was wollte ich dir geben? Ne, ne, links zu. Mit deN hier, ins Wasser. Einfach mit ins Wasser. Arbeit. Ich kenne auch einfach. Wo bist du. Ja, vor dir. Nee. War auch fungi. ich kann ja auch ganz einfach eine geben oder so das geht natürlich auch ich voll im feuer ist was links nach zombie ist das da aber das steht so alleine gucken ich mag gerne alleine sein durch ihn abschießen was den kleinen mann doch leben erlebt aber nicht halb leben zum thema wird der seit schon echt weit weg von 19 oder meiner wäre schön dass ihr euch aufmerksam macht 400 meter abend noch mal 400 meter auf jeden fall so habt ihr euer plus geholt das sind das da Ja, da gehen wir einmal in. Kann ich dir eigentlich nicht? Wachen? Ja? Ja, du machst uns damit Schaden. Echt? Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Kannst du das Wasser ausschmeißen? Kann ich Feuer ausmachen? Wäre ja richtig witzig. Schade, noch ein Stück zu hoch. Ne, schade. Ja. Hm. Warte, ich brauche noch eine Schneebahn. Kann das gehen. Sieht ein bisschen blöd aus da ranzukommen, ne? Das ist die Nuke Base. Na nicht, dass das irgendwie verseucht ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.